Hallo zusammen zu etwas fortgeschrittener Stunde, kurz vor 23 Uhr, macht nichts, Dauereinsatz, 22.12.2020, nächster Trailer am Start, musst du leben von Hartz IV, hat es fast besser jedes Tier. Naja gut, also zumindest die Haustiere an sich bestimmt, allerdings natürlich nicht in Massentierhaltung, die da widerwärtig transportiert und abgeschlachtet werden, gibt wieder einiges aus dem Hartz IV Newsletter, sogar ein, zwei Sachen nochmal zu Corona, zu sehen bei VK, bei Bitschut, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Tja, dann wieder halt wie gab, den entsprechenden Link in die Browserzeile kopieren und dann zur Lieblingsplattform gelangen. Wird dann super, wenn wir uns dann gleich wieder hören, sehen. Tschüss!